Kid, Lucy, Francis und bald Florence. Bist du bereit, Florence Stone, dem Baumhausclub die Treue zu schwören und das bis in alle Ewigkeit, also so lange wie du lebst? Das werde ich. Und wenn dich irgendjemand fragt, ob du Mitglied in einem anderen Club werden möchtest? Dann werde ich denen ins Gesicht lachen. Ich werde ablehnen, das musst du sagen. Ich werde ablehnen und lachen. Nun wird Ruthie das heilige Wasser vom heiligen Regal holen. Das habe ich schon. Es ist in dem heiligen Gefäß. Gut. Nun, Baumhausmitglieder und zukünftige Mitglieder, nehmt eure rechte Hand und legt sie in das Gefäß. Wir sind verbunden. Nun, nehmt zwei Finger und legt sie aufs Herz, und zwar so. Wir sprechen das geheime Baumhausversprechen. Und jetzt alle zusammen. Gwanga, Gwanga, Galuli. Kariba, Kariba, Karib. Ich schwöre immer ehrlich zu sein. Das ist genug! Robert, du im Haus! Verkäufer! Ich schwöre immer noch! Untertitelung des ZDF, 2020